Herr Rhein, Hände unter die Schenkelflächen nach unten. Was haben Sie uns zu erzählen? Ich habe nichts getan. Wenn Sie wissen wollen, ob jemand schuldig ist, gibt es kein besseres Mittel, als ihn zu befragen, bis er nicht mehr kann. Schildern Sie mir noch einmal, wie Sie den achten. Bei Verhören arbeiten Sie mit Feinden des Sozialismus. Wenn Sie uns den Namen nicht nennen, muss ich noch heute Nacht Ihre Frau verhaften lassen. Wollen Sie das? In einem System der Angst. Georg Dreimann, der Dichter. Für ihn ist die DDR das schönste Land der Welt. Ich würde ihn überwachen lassen. Darf sich niemand sicher fühlen. Wenn Sie gegen den was finden, dann haben Sie einen ganz dicken Freund im ZK. In einem System der Macht ist nichts privat. Christa, Christa, du hast unsere Verabredung am Donnerstag vergessen. Komm, steig ein. In einem System der Abhängigkeit. Christa. Halt mich einfach nur fest. Ist Freiheit Ironie? Seitdem bin ich sehr musikalisch geworden. Christa Maria Seeland. Ob Sie in das Genick brechen oder nicht, ist Ihnen überlassen. Ich will Sie auf jeden Fall nicht wieder auf einer deutschen Bühne spielen sehen. Staatssicherheit, öffnen Sie die Tür. Recher ist. Was ist denn los, Genossen? Wir haben den Befehl, Ihre Wohnung zu suchen. Was muss geschehen, damit du dem System widerstehst? Zeit für mittlere Wahrheiten. Irgendetwas gefällt mir da nicht. Frau Seeland. Kennen wir uns? Sie kennen mich nicht, aber ich kenne Sie. Bist du noch auf der richtigen Seite? Bist du noch auf der richtigen Seite? Bist du noch bei Cision sagst, auf der Zeit Gaус habe ich mir auch auf der Almighty. In fønissen wird'M. Bist du noch auf dertat in der Jurgenfe.